Hey Homates, Wernock hier. Ich möchte euch heute den Mod Flickflag erklären. Flickflag ist leider einer jener Mods, die von den meisten Leuten als schlecht empfunden werden. Das war früher mal der Fall, aber mittlerweile ist es einer der besten Mods im gesamten Spiel. Finden könnt ihr diesen Mod bei Shakaal oder dem Corpus Teche, wobei man letzteres eher auf Xerboros Bluetooth haben sollte. Wenn man Flickflag ausgerüstet hat und umgestoßen wird, steht man innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder auf den Füßen und kann weiterrennen bzw. schießen oder seine Fähigkeiten benutzen. Wenn ein Uralter entfestet einen ranziehen möchte, wird man umgestoßen, aber da man innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder steht, wird man auch nicht zu ihm herangezogen. Alles in allem kann man sagen, wenn man auf irgendeinen Mod in einem Frame verzichten kann oder noch Platz in einem Frame hat, sollte man auf jeden Fall versuchen Flickflag mitzunehmen. Ich hoffe, ich konnte euch den Mod heute etwas näher bringen und viel Spaß beim Ausprobieren. Wer kennt das nicht, die Lasertüren. Und ich stehe schon wieder. So, hier hätten wir ein paar Gegner, die einen umschubsen. Zack und ich stehe wieder. Zack und ich stehe wieder.